Der nächste Transfer steht fest und zwar verpflichtet unser FC Hansa einen neuen Keeper, den ehemaligen U21-Nationaltorwart Nils Jonathan Körber von Hertha BSC und hat einen Marktwert von 300.000, ist 25 Jahre alt, jung für einen Torhüter, eigentlich noch relativ jung. Es hat sich angedeutet, weil wir ja Klatte und natürlich auch Bandvoll verabschiedet haben. Da ist auch schon das erste, ja was heißt Problem, ein Konkurrenzkampf wird ein bisschen angekurbelt für unsere Krake. Ich muss aber wirklich sagen, keiner kommt an Markus Kolke vorbei. Was hat er uns in der letzten Zweitligasaison den Arsch gerettet? Muss man einfach sagen. Ich erinnere nur an das Spiel gegen Paderborn. Er hatte viele Spiele. Ich will jetzt auch nicht jedes einzelne Spiel hier nochmal aufzählen. Ihr wisst es, wie wichtig unser Capitano ist. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Eure Meinung zum Transfer gerne in die Kommentare, wenn ihr Hertha-Fans seid, wenn ihr Osnabrück-Fans seid, denn er ist ja auch Drittligameister in der Saison 2018 und 2019 mit dem VfL Osnabrück geworden. Dann A-Junior und Pokalsieger ist er auch. Und Kolke, muss man ja sagen, mit 31 Jahren schon ein bisschen älter. Aber für eine Torwartposition ist das immer noch alles im Rahmen, sage ich mal. Deswegen wird es schwer, sich da natürlich durchsetzen zu können. Wir werden wahrscheinlich auch noch einen weiteren Keeper verpflichten. Martin Piekenhagen. Ich denke, das ist der beste Mann, um da qualitativ hochwertige Torhüter zu verpflichten. Er ist ja auch ehemaliger Keeper beim HSV gewesen, bei uns sowieso und hat ja so oder so immer ein gutes Händchen bei den Transfers. Der wird schon wissen, was der Körper drauf hat. Er bekommt einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2024 und kann 54 Einsätze in der dritten Liga vorweisen mit dem VfL Osnabrück, wo er dann auch Drittligameister geworden ist. Bei Hertha ist er natürlich auch nur Ersatzkeeper gewesen. Ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt, ob er sich bei uns beweisen kann. Lassen wir uns überraschen. Ist gebürtiger Berliner, hat natürlich auch in der Jugend dort gespielt. 1,89 groß, sollte alles passen soweit. Dann werden wir einfach mal schauen und uns überraschen lassen, ob der Nils Jonathan Körber uns vielleicht positiv überraschen wird. Die Gerüchte gab es auch schon sehr, sehr früh. Grüße gehen raus an Felicio. Der hat mir das vor zwei Monaten schon erzählt gehabt. Max, Körber wird wahrscheinlich vielleicht zu eurem FC Hansa kommen und jetzt hat er tatsächlich recht gehabt. Wir haben ja auch ein Video am 9.5. aufgenommen, als Ben Voll uns verlassen hat zu Viktoria Köln, dass der erste potenzielle neue Torwart, den wir dann verpflichten werden, der Körber ist. Und ja, er hatte recht und deswegen krasse Sache. Ich bin gespannt, wünsche ihm natürlich alles Gute, viel Erfolg, Zeigleistung und dann wirst du vielleicht sogar hier ein paar Einsatzzeiten bekommen. Ist immer gut, natürlich wenn ein Kölke oder so mal krank ist, verletzt ist, dann einen ambitionierten neuen, jungen Torwart zu haben, der Bock natürlich hat, dann auch sich zu beweisen. Und jetzt würde ich sagen, eure Meinung gerne in die Kommentare. Danke auf jeden Fall an jeden Daumen, Kommentar. Die neuen Hansa Trikots sind ja jetzt auch offiziell draußen. Dazu haben wir ebenfalls ein Video hochgeladen. Könnt ihr euch gerne anschauen und jetzt bleibt stabil. Bis zum nächsten Mal.